Musik Wir sind heute hier in Chemnitz im Sportforum in der Frauenturnhalle und wir machen heute hier das Titelbild für den neuen Katalog von Sportime. Ich bin Sophie Scheder, bin 20 Jahre alt, bin Kunstturnerin und ich bin in der Nationalmannschaft im A-Kader. Ich bin mit Sportime so in Kontakt gekommen, weil auch der Landessportbund Sachsen mit Sportime zusammenarbeitet. Da Sportime ein krass Leben ist, ist es so eine regionale Geschichte und ja, das genieße ich auf jeden Fall sehr und ich bin glücklich in dem Team dabei sein zu können. Musik Marcela hat seine Aufgabe super gemacht, also es war sehr angenehm mit ihm zu arbeiten. Er hat mich auch dann zum Lachen gebracht, wenn ich doch mal ein bisschen K.O. schon war. Musik 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 Es war eine super Erfahrung und es hat super viel Spaß gemacht. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020